Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Legend of Zelda Mokawina of Time, Part 7 ist da und ja, weil ich Schlafgast hier hab, sind heute drei Special Parts da. Moin. Lodi ist wieder da. Eigentlich ist er jetzt schon das zweite Mal da und auch der einzige Gast bisher, aber ich hoffe, dass irgendwann mal noch andere Möglichkeiten haben, da als Gast aufzutreten. Aber ja, naja, wenn er schon mal hier ist, kann er auch mitmachen, weil er kam vor ner Arbeit aus dem Westen und er ist nur ne eine Woche hier und dann hast du wieder ab, ne? Dann ist er ja Working in the Westen und ja, ich dachte, dann muss ich ihn ja auch mal hier kommen her lassen, wenn heute ist Herren Tag und außerdem ist heute der Tag, nachdem ich einen Monat Let's Played habe. Das heißt, ja, ein Monats Special Part, wenn man das so bezeichnen kann, aber ich werde halt trotzdem nur drei Parts machen, ich werde die wahrscheinlich erst am dritten hochladen, sorry Leute, aber ich glaube, mein PC ist noch nicht so schnell beim Rendern und das wäre nicht so gut. Also jetzt, Back to Zelda und ich werde da noch mal Banjo-Parts drehen und die auch noch hochladen. Ja, ich habe mich ein bisschen erkundigt und das haben mir auch einige geschrieben. Ach, wie ich denn den Hymiashell kriege, ja, ich kann hier doch schon was machen, da habe ich mich total verpeilt in Part 6 und oh Gott, es gewittert Hilfe. Jumpen wir hier hin, wir. Jetzt machen wir hier ein bisschen... Shot-Log-Arm! Hey! Oh, Fats! Mitten ins Face! Brrring! So! Siehst du noch mehr? Also ich sehe da vorne noch mehr, weil du kannst mir ja auch mal suchen, ey, wenn du schon mal hier bist. Hm, heute legst du irgendwie um mich. Naja, das, naja, das geht sich auch. Weil, man muss ja alle töten, Heike, hört, um, damit die Tür aufgeht. Wenn man die Fackeln noch um anzündet, dann kann man bloß, äh, irgendeine Kiste kriegen, oder? Ach, da ist noch einer. Ah, auf, ne? Oh, da sieht man die so schön. Warte, da waren schon alle? Ich dachte, das sind mehr. Wir haben was richtig gemacht, das heißt, die Tür ist open. Verdammt, die Rubine wird weg, ja. Arsch-Rubine, Alter. Ey, Bus aus, krass, Alter, Bus. So, die Leute sagten, ey, komm hier, die Rinden. Oh, was ist denn das? Oh mein Gott. Graphic-Feder und, oh nein, ich höre Zombies. Oh Gott, da ist Ena. Und, da ist ja auch Ena. Oh, verdammt. Einfach in die Mitte durch. Puh, ich schwitze. Ach, Herr Kassel-Tour-Musik, finde ich so ätzend. Ja, die letzten Mal haben sie mir in ebenen Part, zwei Herzen auf immer ausgesaugt und ich erfasst gestorben, das ist schon. Ja, Happy. Und hier können wir jetzt ein neues Lied lernen. Ihr seht da unten schon ganz links als Unterschrift die Noten. Lesen wir. Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen, der König in Familie verpasst. Ich find die Musik hier im Untergrund ist immer übelst geil, oder? Hm, das ist mal schön so authentisch gruselig. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist sein Feuer entfacht. Was für ein Gedicht? Von Sonne zu Mond und zur Sonne erneut. Ewige Ruhe den lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Na ja, ich find's ja ein bisschen eh unruhe, aber egal. Sei ja da hingestellt. Das ist ein Inschritt auf diesem Grabstein. Sechs schwarze Kugeln. Eine geheime Weise der Gebrüder... Bramstein? Bramstein. Bramstein. Bratstein. 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 Danke trotzdem, aber ich wusste das schon. Ich wusste es, aber ich habe es vergessen. Naja, das gebe ich zu. Ich habe ja lange nicht Ocarina of Time gespielt. Ruhelose Seelen, wandern ohne Wunde, gefrieden mit den Hymnen der Sonne. Ja, das ist ein Hinweis auf diese Sache, dass wir die Zombies jetzt voll ins Über sonnen können. Mit der Hymne der Sonne. Test die gleich mal ausfindig, nämlich ziemlich cool. Damit kann ich die Zombies nämlich so schön... Ihhh, die Grafikfehler sehen dann feiern es leer aus. Das sind keine Grafikfehler. Doch, auf jeden Fall. So sieht es normalerweise aus. Nicht so. Warum schreibt ihr denn das Geld rein? Macht nichts. Ich habe mich extra hochgestellt, ne? So, nee, so, so, so. Nee. Nee, so. Rechts unten hoch. Nee, rechts unten links. Nee, links unten rechts. So, Mann. Ja, naja, ich habe hier einen Joystick und... ...diese vier Knopfsystem ist hier abhandengekommen. So, jetzt abhören und... ...Chuck, schlitz, fatz, nimm das, du schwein, nicht, oh, yeah. Die Grafikfehler sehen ja extrem hässlich aus. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das ist, ja, naja, liegt an meinem... ...an meiner Graphic Card. Leider. Oh mein Gott. Sieht doch so hässlich aus. Schnell, noch sind sie betäubt. Ah, wir sehen, und... ...nimm das, schlitz, fatz, schlitz, schlitz, fatz. Tja, ja, schlitz. Und weggequraftet. Und den auch noch hier. Fatz, fatz, schlitz, fatz, fatz, schlitz. Und noch das dazu. Oh, der ist ja schon tot. Ist ja langweilig. Ich wollte doch meine Instant-Bürger-Attacke demonstrieren. Hua, nimm das. Oh, verdammt. Ja, kann man, wenn man... Was, kennst du schon? Wenn du Kreis drückst und dann bähst, kannst du Hua Instant-Bürger-Attacke einnetzen. Ist noch geiler mit Magie, aber ansonsten. So, und jetzt kann ich mir die Hülle-Schild holen. Ohne zu pay dafür. Pitscht aber Wasser. Link hat ja übelst die geilen Leder-Bot, nennen wir. Ja, schön, muss ja voll der da fest sein. Er rennt ja Tag und Nacht hier rum und... Ja, aber er hat eine komische... Kurze... Hose an sich. Sieht so fadfindermäßig aus. Egal. So, wo war der Stein nochmal? Ich glaube, das war... Ähm, der hier. Wir sind jetzt Grabständer. Oh, nee, oder? Oh, das war jetzt für ein Arsch, oder? Ach, ich hab ne Idee. Wir spielen. Äh, warte mal. Rechts unten, Leon. Rechts unten, oben. Ah, ey, 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 ey. Und jetzt wird nachhaft, und dann ist der Bengel nicht mehr da und nervt uns, dass wir hier nicht Grabständer spielen sollen. Denn wir sind Grabständer. Ha, 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 ha. Sieiii. Ja, der ist nur tagsüber hier und dann meckert mal rum, dass wir Grabständer spielen, weil... Er hier hier, der möchte gern, ähm, na, Totengräber ist. Er macht Börse, Mann, auch. Ja, und wir müssen diesen Typ hier tot spacken und damit helf ich. Ne, so rum. Sonnenstrike. Ja, du hässet Mistvieh. Und fatz, fatz, schlitz, fatz, schlitz, fatz, fatz, schlitz. So, und ich glaube, hier müssen wir die Hymne der Sonne nochmal spielen. Genau, hier. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Einmal ist keinmal. Na, jetzt kann ich doch schon langsam, mittlerweile ganz flüssig atmen. Ja, man kann auch im Startmenü gucken für die... Also die jetzt zum Beispiel lange noch Spielepause hatten oder so. Musste ich auf und zu auch mal machen. So. Eine Kiste erscheint von... Warte, halt. Es könnte auch sein, dass hier das Herzteil drin ist. Ich mach mal Safe State, damit ich zwar nur rückgängig machen kann. Ich hoffe, da startet niemand. Und... Let's open die Kiste. Wir wollen den Inhalt. Und da drin ist... Na? Ne, ne, ich glaube, das ist hier der Hylia-Shift. Oh nein, es ist das Herzteil. Okay, Leute, ähm... Das ist nicht die Kiste, die wir wollten. Schade. Ach man, wo war denn das mit dem Hylia-Shift? Willst du mit drei Hylia-Shift durchspielen? Ja, wollt ihr gerne. Ja, natürlich nicht. Das ist ein... Ähm... Wie sagt man dazu? Ähm... Ein... Ein... Ein Playthroom mit drei Hylia-Shift. Aber trotzdem könnte man hier irgendwo ein... 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 Ein Schildergott an, aber... Verdammt, wo war das Bus nochmal? Oh, falscher Knopf. Action! Ja, und die Action ist, dass wir den Grabstein wegschieben. What hier drinne? Mal gucken. Juhu! Ich glaube hier war auch matt. Genau, in der Küste. Da ist es. Oh Gott, hier hätte ich auch ohne diese Hymne in der Sonne reingekommen. Ach Gott, bin ich blöd. Verdammt, ich der Scheiße. Ja, der Hylia-Shift. Hey, der sieht doch mal geil aus auf dem Emulator. Richtig schön mit Glänzer und Swing-Swing-Effekt und so. Ihr wisst schon. Ja, aber auf dem Emulator sieht mein Ausrüstungsbildschirm voll für ein Aus-Aus-Aus. Pass mal auf. Weiß Bildschirm. Das ist der Verwandlungsvorhang von Link. Ja, und jetzt haben wir den Schild. Ich mache ich an dem Emulator. Ja, jetzt sieht er schon viel mehr nach Link aus. Aber er ist noch ein bisschen klein, um das benutzen zu können. Wenn ich jetzt mein Schild benutze, spielt er Schildkröte. Das sieht total aus dir aus. Aber hilft nur auf dem komischen Riesenberg da oben. Da müssen wir alles immer abblocken und so, wisst ihr ja. So, damit habe ich jetzt alles. Es ist schon gut, dass ich die Hymne der Sonne mal eingesammelt habe, wenn man es so sagen kann. Also, sonst ist ja scheiße. Dann kannst du ja, wenn du mal zum Beispiel nachts hast, aber du brauchst tags, dann kannst du nicht wechseln und so. Meistens sammle ich es immer ein. Aber jetzt ist es natürlich scheiße, denn ich könnte doch das Hühnerrätsel machen. Da könnte ich dir meine erste Flasche ergattern. Ich glaube, das mache ich auch noch. Also, Zeit für unser neues Lied. Komm, mach mal Lappi aus. Es ist Seller-Time. Aber du kannst Gelb-Rot machen, damit dich keiner mehr andudelt. Und wenn das nicht in der Aufnahme hat. Gelb kann ich ja nicht machen. Na klar, aber Rot kannst du machen. Ne, Rot. Boah, ich finde die Kakariko-Musik so cool. Hi, Tante. Ja, die hat Angst vor Hühnern und deswegen fühlt sie in den Hühnerstall. Das ist sehr logisch. Denn ich habe auch eine Allergie gegen Apfel und esse ganz viele davon, damit ich daran sterbe. Das ist richtig intelligent, finde ich. Ich hoffe, ich weiß noch, wo die Hühner sind. Mann, ich kann, das Lied ist nicht so schnell. Hey, bleib hier, du doofes Huhn. Bleib hier, du Federvieh. Renn nicht weg. Verdammt. Ha, hab dich. Äh, ja, naja, jetzt hab ich dich. Quick, 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 quick. Das Vieh lässt federn. Oh mein Gott, bald ist das kahl. Dann können wir es in den Ofen werfen. Vielleicht scheißt es ja vor Angst ein Ei aus. Dann können wir uns noch ein Omelette machen. Juhu. So. Und das nächste Huhn. I believe I can fly. I believe I can touch the Boden. Klatsch. Komm, du Huhn. Folge mir. Und jetzt, äh. Ich folge den Special Move. Komm, ich kann hier nicht hoch. Ne, muss ich so machen. Moment. Ha, nein, verdammt. Oh, scheiße. Aber irgendwie kann man auch so rüber. Ich weiß es. Ich weiß bloß nicht mehr, wie das ging. Einen Versuch habe ich noch. Einen Versuch habe ich noch. Denn der Part hat noch ein paar Minuten. Yeah. Strike an. Komm, jetzt schaffen wir es, oder? Jetzt schaffen wir es. Mit Anlauf. Hi, Alter. Nein. Ja, ja, ich weiß. Scheiße. Ah, das ist für ein S. So, ein Scheißau. Bobes Huhn. Flatter mal, doller. Du bist ein Huhn. Du musst fliegen können. Auch mit Ballast. Du musst auf den Kasten gleich rufen. Nee, dann ein bisschen zu weit zum Abspringen. Jetzt, äh. Direkt Sprung. Komm schon. Yeah, geschafft. So, striken wir das Huhn hier rüber. Yeah, jetzt kann ich alle einsammeln. Mann, das Lied ist zu langsam zum Mitzeigen. Ich so ein Scheiß. So, ey, Huhn. Huhn. Komm her. Kikiliki. Siehst du, hast du den Part eigentlich schon gesehen? Da habe ich einen Witz über türkische Hühne abgelassen. Nö. Na, in der Tarn. Wo warst du ja unterwegs? Was kam heute? Ja, na ja. Ähm. Guck dir den Part an, dann wirst du es wissen. Es ging darum, ähm, das, äh. Ja, wie, 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 wie türkische Hühner Kikiriki machen. Ja, weil es ja im türkischen so viele Üsgib machen, die Kikiriküs. Ja, jetzt hör ich. Kennst du dich schon? Hm. Der ist einfach geil. Komm schon, flieh! Kihah! Oh, ja. Meistergleitsprung. So, das. Noch eins. So, dann haben wir hier noch's wehe. Kann man nicht beten. Ey, längst du hast auch zwei Hände, oder? Ey, du bist so ein Softie. Ey, den kann man an deinen Huhn nur mit zwei Händen tragen. Ich meine, du kannst auch zwei... Hallo? Effektivität schon mal gehört? Na, ich glaube, nach dem Hühnerrätsel ist dann der siebte Part auch schon vorbei. Aber dann geht's Richtung Todesberg, Freunde. Hey, und schon sind's... Oh, verdammt. Der war fail. Hey! Nein, nicht! Sonst haut's ab! Och, was war das denn? Och, Mann. Dofe Frau. Komm her. Komm schon. Warum kann ich nicht Aktionen machen? Ach, Mann. Ach, Mann. Ich dachte, ich schaffe mal mehr am Part, aber anscheinend nicht. Ach, scheiße. Jetzt ist hier noch ein Huhn. Mech, 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 mech. Mach keinen Zeck, Mech. Ich hol's Huhn weg. Ja, genau. Flatter und hüß, hüß dir sowieso. Es sind sieben Stück und jetzt sind's fünfe, ne? Ja. Zwei fehlen. Ich glaub, da oben ist noch eins. Aber wo ist das letzte? Ach, ich will mir erst mal das da oben. Ja, ja, nein, ja. Das Rätsel-Mike ist jetzt noch fertig, weiß. Er zeigte gerade auf die Uhr, dass ihr euch nicht wundet. Du kannst es ruhig laut sagen. Jo. Damit sich niemand wundert, dass ich hier mit mir selber rede. Händen nie weg! Das ist verboten! Das könnte meine Let's Play stören! Juhu! Gleitflug! Ähnlich könnte ich ja die Hühner schon mal schmeißen und die fliegen in die Richtung. Ja, Flickl-Dombers-Hohen. Ich hoffe, das ist schon mal unterwegs. Ich glaube, hier am Hauseingang... Ah ja, genau, da ist auch noch eins. Ich nehm es mich. Ich nehm es mich. Sieben? Ich nehm es mich. Ich nehm es mich. Sieben? Ich nehm es mich. Sieben? Ich nehm es mich. Sieben? Und das ist das letzte Huhn. So, geh schon mal. Ey, cool, noch bitte da. Komm schon, komm her. Komm zu Papa. Komm. Nein. Auf. Hey, bleib hier. Rende nicht in die Richtung, du doofest Huhn. Man ist ja alle so bescheuert. Lauf, los, lauf du Hut, lauf. Lauf um mein Leben. Ich steck dich in den Ofen. Juhu. Hier geblieben. Okay, ich nehm es mit dem Ofen zurück. Und Schukku. Oh, danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Was muss? Ja, ich weiß, die alte Rechtschreibung. Das mit Doppel-S habe ich auch schon so oft gesagt, aber die hören nicht auf mich. Die sind doof. Ähm. Dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch. Und deswegen habe ich so viele, weil ich sie trotzdem mag. Aber ich bin allergisch. Du bist hart. Du bist auch. Ähm. Und bekam einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Oh, Mann, heul doch. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir was sehr Wertvolles. Was, ne leere Flasche, Alter. 25 Cent Pfand. Gangster. Sehr wertvoll. Ich finde ich in jeder Mülltonne, aber nein, ich bin kein Pfandpirat. Jetzt haben wir die erste Flasche. Und jetzt geht's in Richtung Todesberg. Das heißt, es geht auch in Richtung zweiter Dungeon, Freunde. Also freut euch schon mal drauf. Und ja. Ähm, nur die heute Parts werden mit Long Design. Und naja, das wird nur ein Zelda Part sein. Ich werde noch zwei Banjo Parts machen. Da habe ich jetzt übelst Lust drauf. Oh, ich auch. Ja, Banjo ist einfach mehr Comedy und Zelda ist dagegen ernster und tiefsinniger. Aber auch geiler. Und vor allen Dingen auch, ähm, vielseitiger finde ich. Däh, däh, däh. Also, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. Dann stehe ich hier am Tor zum Todesbär. Und bis dahin ich hoffe, dieser Part lang tuh ich nicht. Und ich hoffe, Laudi hat euch nicht zu wenig geredet. Beschwert euch, wenn ihr es zu wenig findet. Haha. Nein, das muss sein. Also bis heute, bis dahin. und der Soldat sagt natürlich auch tschau. Bis denn!